Was ist die Unterstützung der Deutschen Telekom? Ich bin 2009 zur Deutschen Telekom gekommen und war für das Thema Corporate Culture, also die Unternehmenskultur und Maßnahmen und Initiativen darin verantwortlich. Es hat sich sehr schnell herauskristallisiert, nach wenigen Wochen, wie ich im Unternehmen war, dass Social Media und der Umgang, anders zu arbeiten, schon sehr weit verbreitet war im Unternehmen. Und wir haben gemeinsam die Protagonisten und die Treiber dieser Themen mal an einen Tisch gebracht, wir haben sie vernetzt in einen Arbeitskreis und wir haben uns Gedanken dazu gemacht und eine Forderung an den Vorstand gestellt. Ich habe dann ein kleines Manifest geschrieben, bin dann zu meinem Personalvorstand gegangen und wollte eine Antwort haben, wie der Vorstand sich zu dem Thema Vernetzung an Enterprise 2.0 aufstellt. Und das war der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, weil die Antwort war relativ einfach, nämlich da gibt es nichts, entwickeln Sie mal, liefern Sie uns mal eine Handlungsempfehlung und über diese Handlungsempfehlung haben wir dann den Vorstand und den CEO gewonnen, sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.